Hallo, hier ist Lee Hartz 2004. Heute habe ich mal ein Video, was nicht direkt was mit Fußball zu tun hat, beziehungsweise auch nicht indirekt. Denn ich habe hier, wie ihr vielleicht sehen könnt, eine Box und zwar von OnePlus. Steht ja da oben drauf und auch das Logo. Und zwar ist das ein Handy. Ich habe mein altes Handy leider kaputt gemacht und jetzt habe ich mir das neue OnePlus 7 Pro bestellt. Mit meinen Händen habe ich mir das erarbeitet, mit denen ich so hart schufte. Und ich würde sagen, machen wir doch mal hier diese Verpackung auf. Ah, geht schon. Na, vielleicht doch. Vielleicht auch nicht. Ich habe hier ja extra den weißen Tisch schön frei gemacht, damit man das auch gut sieht. Ich stelle mich mal hin dafür. Oh, die Verpackung sitzt fest, gut fest. Aha, so geht es dann doch ganz, ganz einfach ab. Die Folie hier nochmal. Never settle, das ist sozusagen ein Motto von OnePlus. Und dann hier diese Broschüre. Und dann haben wir hier die reine Box mit der 7 und dem ganz kleinen Prologo oben. Und ich mache die jetzt mal hier auf. Am besten, vielleicht kann man es so sehen. Na so, man muss die so hochheben. Und dann kommt diese rote Box da rausgefallen. Ich ziehe es jetzt einfach mal so hoch. Und da haben wir dann schon einen Zettel oder ein kleines Heft von OnePlus. Hier ist dann noch das Handy. Lass das mal, oder leg das mal kurz beiseite. Hier die Schere kommt weg. Lass das dann beiseite. Hier haben wir jetzt hier eine kleine, so ein Heftchen. Oder hier ist dann das leer. Da ist einmal, ich glaube, das ist der Quick Start Guide. Der Invitation Letter. Hier, hallo Freund, danke, dass du OnePlus benutzt und sowas. Da steht er dann immer drin. Hier ist schon eine Schutzhülle. Man sieht, es ist echt ziemlich, ziemlich groß, das Handy. Und dann hier müsste, glaube ich, der SIM-Lok, dieses SIM-Teil, dass man die SIM-Karten reinstecken kann. Ja, genau hier, da ist es das SIM-Karten, der SIM-Karten-Reinsteck-Ding. Sticker, ich glaube, ein Quick Start Guide ist hier noch drin und noch mehr Sticker. Jetzt aber hiermit kurz zur Seite. Und hiermit damit auch. Hiermit nicht, weil die Hülle brauche ich ja gleich noch. Ach, das ist von außen. So, der Sticker kommt auch weg. Denn jetzt haben wir es hier. Das Handy hat A hier an der Seite. Man kann es auch rausziehen. Es ist ziemlich, ziemlich los. Groß, ich glaube, 6,67 Zoll. Es ist echt ordentlich groß, aber man kann es eigentlich ganz gut bedienen. Das kurz packe ich schon mal direkt in die Hülle. Nicht, dass mir hier irgendwas kaputt geht. Direkt, ähm, hups, so. Man sieht es hier unten, das SIM-Stecker-Ding. Anschladekabelanschluss. Und dann hier oben und da unten diese Dual-Lautspeaker. Hier so eine laut, leiser, stumm, so ein Alert-Slider heißt das, glaube ich. Laut, leiser. Und hier oben die Aussparung für die herausfahrbare Selfie-Kamera. Hinten die drei Kameras. Ich habe jetzt die Farbe, ich glaube, das ist Grey. Ne, Mirror Grey heißt die Farbe, doch, genau so. Das ist die billigste Variante mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Dann haben wir hier das Warp Charge 30 Ladekabel ist es, glaube ich. Hier mit dem Stecker und hier ist dann dieses OnePlus, was man von OnePlus kennt. Dieses schicke rote Kabel. Jetzt kriege ich, ups, jetzt habe ich hier die Box nicht aufbekommen. Naja, machen wir es so. Ähm, ich glaube, das war es dann auch schon von der Box. Also schon ist ja viel Inhalt. Ja, genau, das hier kann man da jetzt nicht mehr rausziehen. Das sitzt halt dann fest. Also packen wir das beiseite. Dann haben wir hier dieses Netzteil. Mit sogar noch mit so USB-Schützern für die beiden, äh, weiß ich nicht, Anschlüsse, sage ich mal. Das und dann, jetzt hat sich das gerade irgendwie auch so angefühlt, aber hier ist es dann nichts mehr noch drauf an. Äh, verpacken so und dann kann ich das auch schon aufladen. Ich kann jetzt ja auch nochmal direkt, äh, anko versuchen. Ich packe das jetzt hier nochmal schnell alles beiseite. Die Box, die hänge ich mir an der Wand. Ganz schön. Dann dieses Go Beyond Speed noch typisch auf der Box für den Speed. Ja, hier steht es auch nochmal. Mirror Gray, äh, 8 GB RAM, 12 GB, äh, 128 GB ROM. Also, äh, Schweicher. Alles hier kurz vom Tisch, damit er wieder schön frei ist. Außer das Kabel hier vielleicht. Und das kommt noch weg. Und jetzt mache ich doch mal direkt das hier an. Ich habe es noch nicht angepackt, angemacht vorher. Drücken, drücken, drücken. Wer jetzt ein Fail, wenn ich es erst aufladen muss. Ah, da ist es. OnePlus Powered by Android. Ähm, das ist jetzt nur, ich mache jetzt zu Start das kurz und, äh, weiß nicht. Ich glaube, ich gebe da jetzt auch noch nichts ein. Nur, dass man das vielleicht kurz einmal sieht. Ähm, ich komme dann, in den Tagen kommt dann noch ein Video, welche, also, ich sage mal noch nichts im Voraus. Aber es kommt noch ein weiteres Video, was auch mit dem Handy zu tun hat. Hier, OnePlus. Und dann, genau, Start. Hi there. Ähm, ich würde sagen, das war es jetzt von mir. Ich richte jetzt hier mein neues Handy ein. Man sieht, es ist einfach alles Display. Das sieht richtig krass aus. Aber man kann das sogar eigentlich ganz gut benutzen. So, hier unten. Und dann eigentlich kann man auch noch ganz gut nach oben kommen. Das war es von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Abonniere diesen Kanal. Und ciao.